Lieber Michael, du bist am 28. Juni 2024 von uns gegangen. Es bleibt ganz vieles von dir. Erinnerungen an Aktivitäten, die wir für unsere Stiftung gemeinsam gestalten konnten. Durch dich wurde das kindgerechte Videoanhörungszimmer in Ludwigshafen eingerichtet. Wir haben gemalt mit Kindern, waren beim Berlin-Marathon in der prominenten Staffel für die Stiftung aktiv. Viele Menschen wie Angela Merkel, Eva-Luise Köhler und viele mehr haben auf deinen Kunstwerken zu unseren Gunsten unterschrieben. Bei Golfturnieren haben wir Auktionen durchgeführt, die viel Geld für unsere Projekte erbracht haben und vor allem Aufmerksamkeit. Auf der Lebenspyramide haben Tausende von Menschen unterschrieben und sich für den Kinderschutz stark gemacht. Du hast immer Zeichen gesetzt. Du warst unser erster und jetzt auch längster Botschafter für die gute Sache. Alles wird bleiben. Wir danken dir.